Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Ja, ihr seht richtig, heute wieder ein Röntgen. Black Ops 3, das liegt daran, es gibt ja neuen Modi, Fraktur heißt der und ich persönlich feier den eigentlich doch. Ganz gut, das ist so eine Mischung aus Stellung und Abschluss bestätigt. Die Leute, die noch nicht gespielt haben, erkläre ich es einmal ganz kurz. Also jeder Gegner lässt eine Marke fallen, so gesehen, die sammelt man dann auf. Ich glaube, man kann maximal zehn sammeln und die muss man dann in die Base zurückbringen und dann gibt es halt Dickpunkte. Schwer zu erklären oder was ist schwer zu erklären? Man kann es auf jeden Fall besser erklären, wenn man spielt. Macht auf jeden Fall Laune, soll jetzt hier nicht irgendwie heißen, dass ich Black Ops 3 prinzipiell geil finde, aber der Modi, ja, macht es für mich wieder reizbar, mal wieder das Spiel zu starten hier und ja, ich würde sagen, wir suchen uns mal eine entsprechende Lobby. Bis gleich. So, Freunde, wir spielen eine Runde Fraktur auf Fringe. Ja, was spiele ich denn? Komm, wir spielen die KN. Mir ist aufgefallen, dass viele in letzter Zeit wieder mit diesem Sechster Sinn und Fußabdrück Scheiß spielen, gerade auch in dem Modi. Absolute Abfuck. Lobby sieht, sieht erst mal optimistisch aus, schauen wir mal auf jeden Fall. Das Lustige ist, immer wenn ich Solo spiele, also wenn ich nicht aufnehme etc., man fahr wirklich alleine, zockt, Digga, Streaks erreiche ich immer, kein Problem, so meine ich auch, den kriege ich immer richtig auf den Sack, Digga. Aber nicht nur so ein bisschen, sondern richtig hardcore das Arschloch penetriert. Und dann merke ich das beispielsweise, normal mache ich immer einen Kill direkt am Anfang. Wenn ich aufnehme, Digga, kriege ich immer einen Tod reingedrückt als allererstes. Oh, der Sniper kann sich mal ficken. Das Action. Oh, der, oh, 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 so und die müssen jetzt hier in die Base. Schau mal, zack, 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 das gab schon mal, Dig, 200 Points. So, und wenn du dann zehn Stück oder so hast, glaub mir, da kannst du mal nicht Streaks, aber ganz gedingend voll machen. So, das lohnt eigentlich. Da kommt noch einer. Oh, von hinten. Belastend. Assist. So, weißt du, doof oder was? So, und wie gesagt, wie ihr jetzt seht, und wieder von hinten. Denn, wie ihr sehen könnt, wird die Station, wo man die Sachen, oh, leck, die Station, wo man die Sachen hinbringt, wird immer verschoben, also ändert sich immer. Jetzt ist sie hier beispielsweise mittig. Komm, oh, da ist einer. Komm, bringen wir nochmal das Ding hier zurück. Hä, WTF? Oh, hinter mir. Oh, der kleine Ficker, Alter. Oh, mein Gott. Er kriegt mir ne Sam-Tags. Ne Stuck. Hey, Mann. Habe ich auf jeden Fall schon mal gegen bessere Gegner gespielt, aber so richtige, also ich weiß, ich könnte immer gerne in die Kommentare schreiben, so richtige Lob-Bobs, habe ich echt lange nicht mehr in den Geln getroffen. Oh, verendet man so. Egal. Hat noch gereicht. Oh, und dann gibt es halt noch solche Kandidaten, die da wirklich die ganze Zeit in der Ecke schimmeln. Ähm, lächerlich. Lächerlich. Uh, na, jetzt ist da aber auch Action. Ich glaube, ich versuche, mich mal so reinzusneaken. Drohne nähert sich, das macht nichts. Ey, WTF? Der vor mir ist nicht gestorben, oder was? Hey! Das fand ich richtig lächerlich. Digga, wer spielt mit Vorräten in dem Game? Oh. Ach, Digga, der hat den absolut geilsten Headglitch-Spot ever sich in dem Spiel jetzt hier rausgesucht. Ja, ist jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, was ich genau machen soll. Oh, hoho. Digga, wie der gedroppt ist, Alter. Oh, da haben sie aber ganz gut gegeiert. So, wo muss ich jetzt hinbringen? Lass mich raten, da vorne spawnen sie irgendwo. Ne, Glück gehabt, ja, die spawnen doch, aber gefährlich. Egal. So, ja, mit sechs Marken, das würden, lassen wir jetzt mal lügen, 300 Punkte sein. Geh ich rein? Ne. Oh, da war noch einer. Oh, oh, oh. Oh, ey, Mann! Der, was war das gerade für ein Deutsch? Oh, ey, Mann! Oh, 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 oh. Wahrscheinlich sieht man wieder nur mein Headglitch-Kopf. Es ist zum Kotzen, Digga. Wollte ich jetzt die Solo spielen? Jetzt, oh, no joke, Digga. No joke, ich hätte schon Streaks. Weiß auch nicht, irgendwie ist es einfach ein anderes Feeling, wenn man aufnimmt. Weiß nicht, was genau das ist, aber auf jeden Fall. So, jetzt aber. Hey, Digga, zum Kotzen. Ja, vielleicht, ich weiß auch nicht, scheiß drauf. Wahrscheinlich schluckst du mehr als seine Mom. Feindlicher Geist, ja, ruhig und wieder von hinten. Ey, Mann, ey, Mann. Mann, ey, das nervt. Lass mich gar nicht mehr wieder angehettet. Ah, Glück gehabt. Da kämpft sowieso wieder jemand. Verämpft, nur ein Sohn. Alter, ey. Das ist absolute Scheiß-Runde. Wieder verämpft, nur ein Sohn. So, lass mich raten, da vorne ist jemand. Ja, ich weiß nicht. Ja, meine Teammates sind auch nicht gerade die Leuchten. Sagen wir es mal so. Von wo? Von wo, ey? Der fliegt über mir, als wenn er eine Möwe ist. Einer und ich gerade ein Stück Toastbrot in die Luft geschmissen habe. Das Ding hat nur kommt. Und wieder von hinten. Hey. Hey, was ist denn hier los? Hey! Also, ihr merkt schon, ich pre-amb auch viel rein. Aber das finde ich zum Beispiel, ich muss nochmal die Klasse wechseln, vielleicht ist ja auch da dran. Manchmal, manchmal, ich weiß nicht, ob es euch so ausgeht, aber manchmal hilft es, die Klasse zu wechseln. Fühlt man sich wie neu geboren. So, jetzt hier nochmal das Comeback. Ist das Comeback real? Ist das Comeback real, habe ich euch gefragt. Scheiße. Ja! Komm schon. Verstärktes Geschütz, kann einem auf jeden Fall hier... Ey, oh! Nein, wenn ich jetzt sterbe, dann hasse ich mich. Glück gehabt. Das kann einen hier auch gut supporten. Wo? Hey, moin Danny, ich nehme gerade auf. Achso. Soll ich raus? Nö, brauchst du nicht, Digga. Was spielst du hier? Fraktur. Und ich habe die absolute Spitzlobby erwischt. Oder die Spitzlobby? Ja, nee, es läuft gar nicht mal schlecht. Oh, das gab gut Points. Jetzt muss ich defensiv spielen, vielleicht mache ich hier nochmal die Streaks, dann klar. 460 Punkte, ja, nee, das wird eher nix. Ja, Fraktur ist nice, mach ich die Spitzlobby. Ja, auf jeden, Digga. Dann klappt man einfach die Fraktur. Digga, ich hätte gleich Streaks. Es leckt. Hey, mir fehlen noch 160 Punkte. Jetzt muss ich... Jetzt... Oh, zurück, zurück, zurück. Mir fehlen 35 Punkte und ich sterbe, ich sehe es schon kommen. Ein Kill noch. Ich sterbe, ich sehe es kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, komm mal ein. Och, Mann, ey. Guckt euch das an, was ich für ein Peck habe. Da kommen noch 5 Gegner, Digga. Was soll ich denn da machen, Alter? Ich bin auch nicht Superman. Ficken. So eine verhurte... Ich wollte ja nicht mehr so viel flogen. Das finde ich recht blöd hier, wie es gelaufen ist. Das hört sich so kacke, Mann. Ja, nee. Aber das Comeback ist trotzdem real, Freunde. Mein Geschütz ist auch schon kaputt. Ja, moin. Wahrscheinlich stirbst du nicht. Oh, da ist Action. Rein, deine Luzi. Nicht ein Kill. So, das können wir aber hier noch theoretisch gesehen, wenn wir das jetzt klug runterspielen, können wir das noch gewinnen. Ärgert mich, dass ich nicht noch einen Doppelkill da eben gemacht habe, weil dann hätte ich Orbi gehabt und dann hätte es hier nochmal anders ausgesehen. Was macht denn der da? Ist der doof, oder was? Oh, da war ja Übelst-Action. Ey! So ein Stück Scheiße! Digga, guck dir das Video an. Wie der da in der Ecke lag. Als wenn er da gerade zwei Centstück aufheben wollte mit der Nase. Kannst du mir nicht erzählen, dass das legal ist, so zu spielen. Leck mich. Hey, ich muss in die Base. Ach man, ficken! Aber ich muss, glaube ich, sagen, oder gestehen, ich glaube, ich habe diese Runde zu wenig Fraktur, oder Fraktur, ich weiß nicht, wie man es nennt, in die Base gebracht. Wenn ich das jetzt nochmal reinbringen würde... Oh, wir führen! Ich habe nichts gesagt! Das muss ich jetzt noch reinbringen. Komm! Let's go! Oder auch nicht, wir führen ja. Scheiß drauf! YOLO! Komm, das bringen wir doch in die Base. Komm! Hey, du hast mich blockiert! Jawohl, wir haben noch gewonnen, Digga. Und 44, 20 ist jetzt nicht schlecht, ist aber auch nicht Weltklasse. Aber, schaut mal, wie der mich blockiert hat, die Flatterfotze da. Sieht man das noch? Das war absolut lächerlich. Schaut mal jetzt, jetzt will ich die noch schnellere reingrampen. Er steht einfach da wie ein Hurensohn und blockiert mich. Seht mal, ey, Mann! Ja, scheiß drauf, Alter. Ja, die Runde ging ja ganz gut klar. Sehr viele Emotionen hier gewesen, definitiv. So, hier noch gutes Spiel. GG. Ja, äh, ja, ich sag wieder schon reingrampen, die kann ja auch noch mal tschüss sagen. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao.